So, hallo, es ist hier abends, ich glaube Montag, ja, zieht euch das mal rein, das ist mein Schlafzimmer hier, geil, ne? Ich wollte ein bisschen Fernseh glotzen, ne, hier, Last Man on Earth wollte ich mir angucken, aber ich weiß nicht, wie laut soll ich den Fernseher machen hier, damit ich die scheiß Köche, oh, also, das finde ich irgendwie, ich bin eigentlich auch müde, ich würde eigentlich jetzt mich hier hinlegen, Fernseh glotzen und einschlafen, ich habe ja jetzt immer nur die GoPro, ne, ich weiß gar nicht, wie ich aussehe, also, wenn ich hier reingucke, ich sehe mich nicht, guck mal, jetzt reißt es mich auch noch mit, diese Scheiße, aber ich finde es zu laut, ne, ich finde es zu laut, also, Rhythmus hin oder her, ich fühle mich leicht belästigt davon, oh, spät ist es überhaupt, ne? Ich habe mal wieder auch gar nicht so ein Zeitgefühl, für Fernseher habe ich auch keine Uhr, aber es ist ja stocke dunkel draußen, stocke dunkel ist es, ich, ich glaube, Die singen gar nicht selber. Ey, Schnauze da unten. Ich glaube. Die spielen das von einer Kassette, also von einer CD ganz laut. Weil die haben ja nicht ein Schlagzeug mit Gitarren und alles da. Willi! Geht denn ab hier mit dem Lärm? Doch ne Frechheit, oder? Hä? So laut. Ich verstehe ja mein eigenes Wort nimmer. Meinen die das ernst? Ist das jetzt gleich noch rum? Wie spät ist denn? Hä? Nee, musst du mir nicht sagen. Nee, ist okay, mein Schatz. Ich muss nicht gucken, wie spät es ist. Ist auch egal, aber ich finde es einfach scheiße. Wenn es jetzt noch früh ist, findest du auch scheiße. Aber es ist nicht früh, dann ist ja nicht stockdunkel. Ist das ne Party oder was? Ja, also jetzt ist es vorbei, ne? Jetzt ist es rum. Jetzt wird gebetet, das ist ja leiser. Ja, die Predigt. Die Predigt ist auch manchmal noch ein bisschen laut. Da fangen sie auch manchmal nur an und schreien rum und so, ne? Die sind ja so verrückt da stehen. Nee, 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 nee. Ja, okay. Dann ist ja jetzt Ruhe im Karton. Dann kann ich ja jetzt... Aber der Hund jault schon. Das gucke ich jetzt. Oh, und aufräumen könnte ich auch mal wieder, ne? Das sieht's aus, ihr Lieben. Oh ja. Oh, jetzt geht's wieder los. Und so schiefes Gesinge, ne? So schiefe Gesinge, ne? Ja. Ich mag nimmer. Kann ich das jetzt auch noch ausharren? Ich werde nicht mal ne Show gucken und dann... Versteh ich kein Wort, wenn die da so rumgrühen. Ohhhh. Ohhhh. Seht ihr da irgendwas, Männer? Guck was, Kacke. Die hat keinen Zoom mehr. Die macht alles rund. Ja, wir waren heute am Strand. Aber ich bin nicht ins Wasser gegangen. Es war so komisch. Es war so wild und so... So, ähm... starke Strömungen. Und sauber war es auch nicht. Mmmmm... Aber dann sind wir halt ein bisschen da rumgelaufen und waren dann so... Das war schon schön. Sind auf dem Riff in so einen kleinen Tidepool gegangen. Das war schon... Mmmmm... Das war schon. Das war schon mal eine..! Das war schon mal. Das war schon mal.